halli hallo meine lieben mitzocker mitzockerinnen und herzlich willkommen hier zur letzten quarter gegen die hochelfen wir führen mit einem ergebnis von 2 zu 0 bis jetzt und ja ich hoffe einfach mal dass dieses ergebnis noch ausbaufähig ist die blitzung was haben wir da haben wir auch ein blitzern blitzer ich versuche ich mir jetzt mal glaube ich was ganz crazy haftes zu viel risiko dann noch lieber von hier aus in your face und ko sehr schön jetzt weiß ich wie die zwerge sich gefühlt haben als sie mich so auseinandergemerzt haben murderous little beasts dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum okay attackieren blitzer gegen blitzer kommen die vier stück nicht schlecht so du versuchst jetzt ein glück hier erst noch nie attackieren ist auch ein blitzer blitzer gegen blitzer wir versuchen unser glück sehr schön ist funktioniert schön in die anderen gruppe rein und du folgst auf schritt und shit gelähmt immerhin du versuchst dein glück leopold sehr sehr geil bin schon gespannt was die jetzt machen jetzt gehen die noch jetzt gehen die da vorne noch an in angriff sind du ich verstehe es nicht und keiner trifft natürlich jetzt aber nicht mehr also wenn jetzt kacke würfelt dann hast du dich jetzt zum beispiel und gelähmt sehr schön so du stehst auf stand up stand up wo wir champions stand up du gibst hier ein bisschen deckung du kriegst mal voll ein auf die märkte jetzt sind die kunst immer gut und dann ich habe jetzt die 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 So, dann, ach, der kann auch noch in Angriff gehen. Boah, da kriegst du jetzt aber richtig auf die Fresse, ne? Kollege. Da könnte ich blitzen. Ich finde ja auch nicht so die Welt. Ah, da hauen wir hier drauf. Fair Fight kann so überraten sein. Es gibt immer noch Platz im Sport, um ein Schrapp wie das. Das wird auch gut ausprobieren. Wir hören natürlich der Stärkewert, der insgesamt ist. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute wirklich K.O. gehen. Dann könnten wir hier noch... Das ist nur ein Fänger. Das darf ich nicht vergessen. Nein. Dann geh da hin. So, so, so. Was haben wir hier? Einen Werfer gegen einen Fänger. Ja, ich versuche erstmal hier... ...den Ball zu bekommen. Nimm ihn! Nein, nein! Schade. Oh, das war aber ein kurzer Zug. Hihihi. Ah, like. So, der Dicke haut hier mal drauf. Moment, ich will erst attackieren. Kriege ich ein... Es ist mehr. Weg mit dir. Wir bleiben hier. Ja, das ist halt die Sache, wenn ich wirklich mit dem dicken Angreif hab noch zwei Assists. Dann habe ich einen Stärkewert von sieben gegen drei. Das ist dann natürlich schon, äh... Autschen. Schieben, schieben, alles schieben. Ähm... Nur einer? Äh, einer müssen durch. Nein! 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 Ich hab gedacht, ich hätte den Blitzer. Verdammt! Das könnte mich jetzt in der Tat um... Ja, das hat mich um meinen Touchdown gebracht. Definitiv. Ich werde es nicht mehr in die Endzone schaffen, falls ich den Ball noch aufgeholt kriege. Mh, das ist ärgerlich. Schade. Jetzt wollen sie sich aber hier noch rächen. Ich habe es nicht erwartet. Und von der Sicht der Dinge, die weder waren es da. Ja, komm. Ihr Coneheads. Lassen wir erstmal hier ein paar Leute aufstehen. So, du kriegst jetzt auch nochmal richtig einen auf die Fresse. Stärkewert von 9, 3 Würfeln. Oh, und ich kann nur pushen. Da hast du auch ganz schön Schwein gehabt. Die Flüge hat den Ball genommen und die Endzone ist fest. Komm, alles auf eine Karte und ab. Lauf, Fouls, lauf. Ja. Ich finde, man sollte noch so ein paar Touchdown-Tänze hier integrieren. Alter. Hat 4 K.O. Nicht schlecht. Ist egal, was wir machen. Ist nur noch ein Zug. Mit nichts mehr passieren. So, macht was draus. Oh. Oh. Für alle Spieler, die ich gesehen habe, liegen auf dem Feld während meiner Karriere. Ich kann meine eigene Team starten. Du brauchst nur ein Million. Nach diesem Spiel muss ich meine Untergangs ändern. Danke, Bombay. Geh eine schnellste Konstitution. Läuft so langsam. Statistik, drei Touchdowns. 50% Ballbesitz. 31% in der gegnerischen Hälfte. 58 Tackles. 26 Tackles haben die ja noch nur. 78 Mal gerannt. Krass. So oft. Nice, nice. Das ist es geschafft, Bob. Auch Spiked-Magazine kenne die Reavers-Kochen-Hand. Wer wusste, dass eine Runde für eine andere könnte so viele Probleme geben? Ich habe nie gesehen, Jim. JJ ist es genug, Bob. Als ich die Reavers-Kochen-Handine kenne, kann er die Pressure um den Coach zu schützen. Und der Goblin-Kochen-Handine kenne die Reavers? Ich kann nicht sehen, dass die Fans so glücklich sind. Auch wenn dein eigener Sponsor ist kenne für die Coach-Hand? Ich bin nicht so sicher, Jim. Und nicht vergessen, dass JJ ist nicht mehr ein Richtiges Mann. Er braucht den Ball-Polisher-Kochen-Hand, um das Team zu gehen. Du musst deinen Kader weiterentwickeln, in dem du jemanden anheuerst, der für deine Spieler lebenswichtig ist. Einen Apotheker. So, dann machen wir das doch mal. Dies ist die Mitte der regulären Saison. Die Qualifikation für die Playoffs des Blood Bowl Turniers scheint nun in greifbarer Nähe gerückt zu sein. So, und wir sollen einen Apotheker anheuern. Kann pro Mensch eine Verletzung eines Spielers behandeln. Solltest du ihn einsetzen, hast du die Chance, die Schwere einer Verletzung zu verringern. So, ein Apotheker. Wir werden ihre Bote verbrechen, aber Bob wird kommen und fangen. Ersatzspieler hab ich schon. Deswegen gebe ich mal das Geld für einen Wiederholungswurf aus, was ich irgendwie nicht kann. Okay. Na ja, dann gehen wir mal auf die Spielerliste. Einen Spieler kann ich noch kaufen. Hm, 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 hm. Was, was, was denn? Ein Feldspieler. Ja, zack. Käufe bestätigen, zack. So, unser Kader ist damit voll. Können wir hier sonst noch? Ne, wir müssen uns wirklich daran halten, was das Tutorial uns sagt. So, und damit wären wir jetzt quasi hier für euch im Endscreen. Für mich steht hier, was die nächsten Gegner sind. Und zwar sind das die Bretonen, das sind so menschenähnliche, äh, Fuzzis. Und, ja, unser Ziel ist, vernichtet die Giza Rooks Paladins. Zugherausforderung obligatorisch, füge dem Gegner drei Verletzungen zu. Okay, also sind anscheinend ab jetzt auch Verletzungen und dann höchstwahrscheinlich entweder jetzt schon der Tod möglich oder ab der nächsten Runde erst der Tod. Dass das so ein bisschen gestaffelt ist. Auf jeden Fall, Verletzung ist ja schon mal ganz gut. Wir haben immerhin einen Apotheker im Team. Jo, und damit sage ich, danke fürs Reinschauen. Bleibt cremig, Leute. Und, äh, ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder weiterschaut, wie die Raekland Reavers hier quasi an die Spitze gehen. Ähm, jo, schreibt doch was in die Kommis. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Oder, 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 ihr kennt das ganze Gelaber. Haut rein, Leute. Bleibt cremig. Tschüss.